Hier sehen wir das Geco Zero-Geschoss. Die Jäger, die auf Bleifrei umstecken wollen, können wir das Geco Zero-Geschoss sehr empfehlen. Der große Unterschied zu den anderen Bleifreien oder zu den meisten Bleifreien ist, dass das Geco Zero ein Teilzerlegungsgeschoss ist. Wir arbeiten mit zwei Zinnkernen, das heißt, der Jäger muss nicht aufwendig chemisch reinigen, kann dieses Geschoss genauso verwenden wie ein bleihaltiges Geschoss, hat auch die Vorteile der Teilzerlegung von einem bleihaltigen Geschoss. Der nächste Benefit ist natürlich etwas leichter, das heißt, die Flugbahn ist etwas gestreckter, macht es für das Gebirge interessant. Und mit dem Geco Zero haben wir sicher eine sehr preisgünstige und sehr effektive Bleifreie-Patrone am Markt, die auch gern angewendet wird für die Jäger, die das verwenden möchten.